Auf der Rückseite von der Hermannstraße, vom Ali, nicht vom Ali, sondern vom Rewe, da, das ist der Rewe, ganz frisch wieder, völlig geisteskrank. Ah, ganz wichtig, da musst du unbedingt abgeschnitten werden, der da muss unbedingt abgeschnitten werden und der da oben muss unbedingt abgeschnitten werden. Und was natürlich ganz wichtig ist, den hat man ja schon getötet, wenn man den nicht abgeschnitten hätte, schwierig zu sehen, der geht ja ins Grüne rein, dann wird er so bekloppt in der Stadt. Vielen Dank.